Wenn Sie sich auf der Suche nach einer neuen Kreditkarte für die Consors Finanz Mastercard entscheiden, treffen Sie eine sehr gute Wahl. Die Kreditkarte ist nämlich nicht nur dauerhaft kostenfrei, mit ihr ist es auch möglich, auf der ganzen Welt gebührenfrei zu bezahlen. Sofern Sie mindestens 300 Euro abheben, sind auch Bargeldabhebungen auf der ganzen Welt gebührenfrei. Die Consors Finanz Mastercard unterstützt das kontaktlose und mobile Bezahlen. Mobil ist das möglich mit Apple oder mit Google Pay. Und Ihre Rückzahlungsart bestimmen Sie ganz einfach selbst. Entweder Sie entscheiden sich für die zinsfreie Einmalrückzahlung oder doch lieber die bequeme Ratenzahlung. Nun zur Beantragung. Wir möchten den Prozess gerne einmal gemeinsam mit Ihnen durchgehen, damit Sie sich vorab ein konkretes Bild davon verschaffen können. Dazu klicken wir hier auf Jetzt beantragen und wir werden weitergeleitet. Nun ist es gleich erforderlich, einige persönliche Daten anzugeben. Da es sich bei uns nur um eine Demonstration handelt, verwenden wir natürlich Musterdaten. Zuerst der Name, ebenso wie der Geburtsname, die Staatsangehörigkeit, das Geburtsdatum, der Familienstand, die Berufsgruppe und das monatliche Einkommen. Nun zu den Kontaktinformationen. Hier tragen Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse, sowie Ihre Handynummer und Ihre Wohnadresse ein. Danach folgt die Bankverbindung. Bitte geben Sie hier Ihren IBAN an. Nun geht es auch schon weiter zu den Einverständniserklärungen. Hier ist es notwendig, einige Punkte zu bestätigen, um mit dem Kreditkartenantrag fortfahren zu können. Unter anderem geht es hier darum, dass sich die Bank bei der Schufa bezüglich ihrer Bonität erkundigen darf. Wir setzen hier also die drei Häkchen und scrollen weiter nach unten. Hier sind wir auch schon fast am Ende des Kreditkartenantrags angelangt. So schnell geht es bei der Konsorsfinanz. Vorab können Sie sich aber noch entscheiden, ob Sie das optionale Sorglos-Paket hinzubuchen wollen oder nicht. Es handelt sich dabei um eine Restschuldversicherung, die einspringt und Ihre Monatsrate übernimmt, wenn Sie unverschuldet in die Arbeitslosigkeit rutschen oder etwa durch Krankheit oder Unfall arbeitsunfähig werden. Außerdem wird auch der Restsaldo im Todesfall abgesichert. Es ist also nicht möglich, dass dann Schulden der Kreditkarte auf Ihre Familie übertragen werden. Sie können hier entscheiden, ob Sie dieses Sorglos-Paket nun hinzubuchen wollen oder ob Sie die finanziellen Risiken doch selbst tragen möchten. Und nun geht es auch schon weiter zum Vertrag. Da wir nur Muster-Daten angegeben haben, werde ich nun hier nicht klicken. Sie werden aber direkt weitergeleitet und der Vertrag wird nun direkt geprüft. Sie erfahren also sofort, ob Sie die Kreditkarte erhalten oder nicht. Ich bin da durchaus zuversichtlich, denn um die Karte zu erhalten, reicht schon ein normales Durchschnittseinkommen. Ich wünsche Ihnen also viel Spaß mit Ihrer neuen Kreditkarte und bedanke mich fürs Zusehen.